Der Hausherr strahlt kein Wunder, denn der Saab Flagship Store in Wien Oberlauer ist eröffnet. Ist das Gefühl dabei? Nicht zu beschreiben. Wolke 7, alles durch die rosa-rote Brille. Wir sind sehr glücklich, heute dieses Haus eröffnen zu dürfen. Einziger Unlimited Dealer in Österreich für Saab. Mit großer Unterstützung der TABUG AG und auch mit sehr großer Unterstützung der neuen Importorganisation Saab Austria. Seit dem ersten Tag kommen die Kunden in unsere Werkstätte, kaufen in unserem Ersatzteile und ganz erfreulich, es bleiben Autos der Konkurrenz vor unserem Haus stehen. Nicht nur um unser tolles Haus anzusehen, sondern sie interessieren sich für unsere Autos und das glaube ich ist das Allerwichtigste. Lauter strahlende Gesichter und das aus gutem Grund, denn jetzt geht es los mit Saab. Genau, jetzt geht es los. Wir stellen österreichweit den neuen Turbodiesel vor bei den Händlern, so wie heute hier bei TABUG. Und das hier wird der erste Unlimited Dealer sein. Ein Verkaufskonzept und ein Servicekonzept von Saab, das wir im nächsten Jahr auf alle Dealer ausrollen. Das heißt, wir werden ein absolut perfektes, einer Premium-Marke entsprechendes, einzigartiges Konzept haben und verwirklichen, das man hier schon sehen kann. Und zusätzlich neue Produkte. Im Frühjahr ein 2,2 Turbodiesel-Motor für Österreich, unglaublich wichtig im 9.5 und dann der neue 440 im Herbst und das Cabrio aus Österreich. Also es kann nicht mehr schief gehen, immer nur bergauf. Es geht los mit Saab.